Darf ich euch ein paar Fragen für unseren Retext Love Channel stellen? Ja, wie viel was? Für unseren Retext Love Channel. Okay. Ja? Seid ihr Singles? Ja. Oh, oh, was ist das für eine Antwort? Ja. Ja. Kommt drauf an, wer fragt oder was? Ja, so ungefähr. Okay, seit wann seid ihr hier auf dem Festival heute? Seit einer halben Stunde ungefähr. Also noch relativ früh. Ich meine 19.000 Leute sind heute hier. Wie schätzt ihr so die Chancen als Singles ein? Nicht drüber nachgedacht. Wie schätzt du die denn ein? Ja gut, ne? Warum denn nicht? Ja, ich denke auch. Wir hoffen das Beste, ne? Ihr hofft das Beste. Das heißt, ihr seid eigentlich nicht nur hier zum Feiern, sondern auch so ein bisschen zum Flirten. Ja, mehr zum Feiern. Mehr zum Feiern, auf jeden Fall. Aber flirten darf auch sein. Ja, wenn es passiert, dann passiert es halt. Kann man nichts dran ändern. Mensch, sowas aber auch. Und glaubt ihr denn, dass heute Abend hier auf dem Festival viel geht, auch so in Richtung One-Night-Stands und sowas? Ja, nicht mit uns. Nein? Mit einem vielleicht, aber wir nicht. Seid ihr da nicht so von der... Ne. Okay. Ja, okay. Aber generell, ich mein, wenn man flirtet und auch keine One-Night-Stands hat, lernt man ja wahrscheinlich doch irgendwann mal jemanden kennen. Wie sieht das aus, Thema Verhütung? Ich schätze mal, wer hier auf der Suche ist, der findet schon was er will und wer nicht, der nicht. Also... Aber ihr seid jetzt nicht explizit auf der Suche? Wir sind brav. Müssen denn übrigens bei so hübschen jungen Damen wie euch, müssen die Männer auf euch zukommen oder macht ihr auch schon mal den ersten Schritt? Auf jeden Fall auf uns zukommen. Auf jeden Fall. Also hat man keine Chance, wenn ein Mann da sitzt und macht nur schöne Augen? Nein. Man denkt sich, wenn der Mann nicht auf uns zukommt, dann kriegt er sonst nicht auf die Kette. Ach so. Also, liebe Männer da draußen, gut zuhören, ja? Wir sind ja langweilig. Okay, was ist euer Motto des Abends? Spaß haben. Und die Mädels freuen uns einfach zusammen zu sein. Das ist sehr schön. Was macht eine gute Freundschaft aus, noch zum Abschluss? Spaß haben und Vertrauen. Und gut gemeinsam shoppen können. Ja, das ist Nebensache. Ach Mensch, seid mir so sympathisch ihr zwei. Ja super, dann habt noch ganz viel Spaß und einen schönen Abend euch noch. Ciao. Ja. Ja.